Hallihallo, ich grüße euch. Heute zeige ich euch dieses Produkt und zwar es geht um vor allem Hair Sanitizer und zwar es ist wirklich ein Produkt um unsere Haare einfach zu desinfektieren und das Produkt ist einfach auch zu mitnehmen, egal wo wir hingehen wollen, vielleicht ins Büro oder überall. Also und wie sich schon wissen, jeden Tag sind wir in Kontakt mit sehr vielen Keimen und von daher sollten wir einfach die Hände desinfektieren und dieses Produkt ist einfach geeignet, weil es ist einfach ja mit der Größe passt es einfach überall wo wir mitnehmen könnten und von daher desinfektiert einfach alle Bakterien und Keime und ist einfach Hautpflege dank Forever Aloe Vera und wir haben auch Honig drin, Lavendel ist auch drin und der Duft ist auch sehr sehr gut und angenehm und es wird einfach beruhigen und voll frieren. Also und von daher empfehle ich euch einfach das Produkt zu kaufen und zu testen wie es ist und sie werden einfach ja überheucht sein, weil es riecht einfach sehr sehr schön. Also probieren sie es mal, ich freue mich und das Produkt können sie einfach ja spendet auch Feuchtigkeit und enthält und enthält Aloe Vera, Onig, Lavendel und ist klein, man kann das mitnehmen, wie ich euch schon gesagt habe und eliminiert einfach nur 90% alle Bakterien und Keime auf der Haut und von daher sehr praktisch. Also holen sie sich einfach das Foto und ich freue mich einfach auf ihre Kommentare. Bis zum nächsten Mal.